Ich habe mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Leandra war ganz sicher, dass ihr kommt. Wo ist sie? Ihr werdet meine Gründe niemals verstehen. Eure Mutter wurde ausgewählt, weil sie etwas Besonderes war. Und jetzt ist sie Teil von etwas... Größerem. Ich will niemandem wehtun. Lasst meine Mutter frei, dann werden wir gehen. Sie ist hier. Sie wartet auf euch. Ich habe das Unmögliche vollbrach. Ich habe das Antlitz des Erbauers berührt und bin noch am Leben. Wisst ihr, was die stärkste Macht des Universums ist? Die Liebe. Ich habe sie aus dem Gedächtnis wieder zusammengesetzt. Ich fand ihre Augen, ihre Haut, ihre feingliedrigen Finger. Und zuletzt, ihr Gesicht. Oh, dieses wunderschöne Gesicht. Ich habe überall gesucht, um dich wiederzufinden, Geliebte. Und keine Macht auf Erden wird uns noch einmal trennen. Geil unterteilen Leute, um sie mich raus zu. Ich werde мечst, dass sie zur realised und meine Meinung. Was geht's dann mit Zeits? Was geht's dann mit Zeits? Doch. Oh, 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 oh! Das war's für heute. 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 Warum Leandra? Leandra? Ihr... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute.